Ja, hallo, ich sitze jetzt hier im Auto, denn wir wissen ja inzwischen alle ganz genau, wenn man irgendwie die Wahrheit verkünden möchte oder irgendwie ganz genau weiß, was wirklich abläuft, dann verkündet man das meistens aus dem Auto oder so. Also, das kommt ja nicht irgendwie von einem Wissenschaftler aus dem Labor oder von einem Politiker hinter dem Podium. Nee, die Wahrheit, die Wahrheit, die gibt es nur im Auto. Jetzt ist man auf dem Beifahrersitz und erklärt ganz genau die Wahrheit. Ja, mache ich jetzt mal. Ja, ne, ich meine, heute, ne, 23.4., wisst ihr, was das heißt, ne, 23, ja, das ist Vierter, ne, müsst ihr mal die Quersuppe bilden, ne, 2 plus 3 ist 5, plus 4 sind 9. Ah, was ist denn 9? Könnt ihr umdrehen, kommt eine 6-Ball raus. Ah, da wisst ihr ganz genau, wer dahinter steckt, ne. Oder, oder, ne, 9, ne, ist 3 plus 3 plus 3, ist, ne, 3 mal 3, ne, 3, 3, 3, ne, du wisst ja auch ganz genau, ne, so ein halber Satan, so irgendwie, nur die Hälfte, aber ist so, ne, weiß man ganz genau. Ja, ja, wieder Zeit, dass wir mal ein paar Namen nennen, ne. Jens Spahn, ne, weiß Bescheid. Wie geht's? Fauci, hier, der amerikanische Gesundheitsmöppel da, alles Brillenträger. Ja, hm, merkste gleich. Ja, Drosten ist kein Brillenträger. Ja, das hat das Team. Ja, irgendjemand muss ja keine Brille haben, damit's nicht auffällt. Und es wird dir auffallen. Ja, bin jetzt im Hochformat unterwegs. Das war gleich im ganzen Gravitas, irgendwo in den Wald oder so. Keine Ahnung, wo bin ich hier eigentlich? Ja, muss jetzt auch noch ein paar Zahlen nennen, da. Ja, ja, 45 Millionen. Ja, die 45 Millionen, ne, hier. Projekt Pinsbury, redet keiner drüber, es wird alles sofort gelöscht. Ja, Pinsbury, ich sag's euch, schreibt das mal nach. Also, müsst ihr schon selber wissen, ne. Ja, Pinsbury, genau, ja. 45 Millionen, redet keiner drüber, nein. Nein. Nein, worüber auch keiner redet, ne. Die Fußpins-Epidemie. Ah, 2012 war die. Ah, keiner dringestorben, keiner. Und jetzt macht er so ein Heiopi, ne. So ein Quatsch. Ja, weiß man ganz genau, wer dahinter steckt. Ganz genau, ne. Müssen wir abwarten. 4. Mai geht's los. 4.5. Also, es ist auch wieder neun. Äh, neun. Neun Gehirte, so wie ich, ja. Eigentlich die schöne Zahl. Egal. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Ach. Ach. Jetzt wieder im Auto, ne. Draußen. Die sagen, die Sonne scheint. Ha. 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 Was für Idiote, ne. Das sieht doch jeder, dass das fake ist. Es ist alles fake. Ja. Redet keiner drüber. Hab ich ja schon mal gesagt, ne. Ja. Dadurch, äh, unterstreiche ich das. Und dann glaubt mir das jeder. Ja. Eigentlich müssen die Kameran auch ein bisschen mehr wackeln. Kamera wackeln, so. Jetzt wird das Ganze noch authentischer, ne. Und viel professioneller, weiß nämlich jeder. Ich glaube, scharf ist das auch nicht gestellt, die ganze Zeit. Weiß jeder, ne. Das hat echt Autorität. Ja. So. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ne. Projekt Finsbury und, äh, den Rosten ohne Brille. Es ist, äh, ein absolut eindeutiges Zeichen, ne. Erwin Gaines hat die Brille. Und, äh, 45 Millionen, vierter Mai. Ich sag euch das, ne. 45, ne. Siehst du gleich, ne. Vier plus fünf, ne. Ja. Das ist alles System. Das ist alles Scheid auch nicht wirklich, ne. Ja. Das ist ja Schwachsinn. Hallo.